Willkommen zurück bei Let's Play Starbounce. Ja, und zwar habe ich mir gerade oben im Schiff ein bisschen ein paar Stahlblöcke gemacht, die wir dann unten für die... Alter, hab ich dich abgeschnitten heute die ganze Zeit. Ja? Ja. Toll. Also ich höre dich sauber. Kann sein, dass irgendwann auch nochmal die Verbindung von Skype dann abbricht. Ey. Junge. Und dann bauen wir mal weiter unten in der Geheimbasis. Dann müssen wir auch noch alles ersetzt. Aber weißt du was? Hm, was? Morgen würde es abgehen. Ja. Das würde es. Wo bist du eigentlich gerade? Wenn du morgen noch nicht kannst, sag mal in der Rechtenzeit bescheiden. Mach ich. Wo bist du gerade? Lass dann direkt so ab 12 Uhr oder so anfangen. Ja, ja. Oder eins. Hm, ja, machen wir. Noch kurz. Hm, direkt Daisy. Hm, jawohl. Wobei ich denke mal schon, dass Sonntag noch ein Biscuit geht. Vielleicht so von... Vielleicht auch erst ab 8 oder so. Aber immerhin noch eine Stündchen. Ja, ja. Jawohl. Denn wie ihr wisst, mein lieben YouTuber. Danach ist der Philipp eine Woche weg. Beziehungsweise, er kann nicht zocken, weil er einen Besuch aus dem Ausland hat. Äh, ist der Server gerade irgendwie am Abscheißen? Boah, Alter, ich höre so einen Scheißhaufen. Ah, dann liegt dann Daves Internetverbindung, alles klar. Nö, meine Internetverbindung ist top. Ja, ja, ist klar. Ist auch so, warte, dann macht du mal dein letztes Play weiter. Mach ich. Äh, ich werde mal im Skype. Alter, will ich jetzt wieder abkacke, ne? Ich warst da aus. Dann hast du verschissen. Och, Kind. Wurde ja jetzt gerade mal kurz mal auf Skype geworfen. Och, Kind. Das muss an Daves Verbindung liegen, um es zu unserem Server. So, da ist er wieder. Hörst du mich jetzt besser? Äh. Tja. Was, Tja? Was? 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 Oh Gott. Mogens als 200 Text. Hm, jawoll. Ich brauche noch 400. Tja. 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 Fegt dein Arsch. Tja. 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 Ich bin wieder bei dem Dorf. Jawoll, jetzt kann ich da gegen so Piss verkehrt. Jawoll, gut. Hoffentlich geht die vier Pixel. Hoffentlich. hat nichts gegeben doch hat er gut ja baut eine knarre will nämlich etwas getroppt was ist das er hat schildes der sieger sekt es getroppt der losgut er entschuldigt das mitte bohr ob ihr und ich diese spritzen sind jaja und ist der fähig ist doch ein bisschen stahl ja ein stets statt ein Junge wird doch die Patasen wir hören jetzt live Dave beim abscheißen stück doch endlich du hast es ja dann und dieser Tod heißt gleich bei den Gegner zwei stück einer ist tot und kommt ja wir wollen bisschen älter wie aus 30 pixels jetzt kann es abgehen m auch in der Kinder sagt das nicht was toll ich habe gerade mit fast meine ganzen Pixel verloren weil ich mir diese Stahlblöcke gemacht habe so jetzt machen wir die ich habe nur noch 93 Pixel Junge nee nur noch 93 Pixel tschö 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 93 Junge jetzt wieder 113 tschö 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 das wird nichts gut oder auch es ist jetzt ich habe Loic ich gehe ich weiß was dachtest du sonst wofür die gut sind äh die sind ja doch etwas gut klar dann gibt es auch welche irgendwie womit du unter Wasser atmen kannst es wird dunkel grüß grüß sowohl was in einer ein aber gebraucht was ist das für einen sie zwölf aber okay er hat sich diesen Wittstoß und der haut hundertmal langsamer ja egal trotzdem aber ich bin es halt sind dann weiter noch nichts mehr tja der der verkackte ist er wohl tot tja und eine spritze reingekriegt spiel und ich bin schon wieder Dave der glüht ja die ganze Zeit ich hab schon wieder die Ersprechung ist erst mal Molotow Cocktail mach ich jetzt warte der Warte warte wenigstens bis ich da bin ich habe das kann ewig dauern Junge toll jetzt lecker auf das Spiel hin und wieder mal was da ist die Welt in die Flamme und jetzt facken das ganze Haus haben da ist Hammer ey da hat einer ne Kiwi getroppt jawohl ne Kiwi meint mich ein bisschen ab ich bin die sie die eine Kiwi hat jemand hoh was es gibt Elf Schaden und Feuerschaden mhm neid wo macht es Elf Schaden bei der Mensch per Swing ja DPS aber schlägt sich nicht mehr egal die jungen ist ein Bürger hat jemand gebrockt ist natürlich mehr es war noch wird Junkie das jetzt habe ich die Geschwerte Bratschaden Schaut zwar wesentlich langsam aber es gibt Bratschaden mit grüßen gut 1370 Pics mal gucken jetzt aus der Luft gewischt und direkt tot ja wohl wie bei meiner Waffe wir wollen das kann ohr jetzt brennt die als er sich tot wie geistert ja 8 es wird nur ein paar Schüsse ja ja bis gerade eben nicht einmal von ganz weit oben so runter gesprungen da habe ich zwei Vögel mit einem Hammerschlag vom Himmel gefischt ich weiß das mache ich auch oft genug das ist mega gröss Tja da brennt er alter wie viel ich du siehst richtig oben wie die Schadenleiste runter geht nur weil der brennt jaja komm ja komm noch ein paar Mal tja tja Junge jawohl ich bin jetzt auch in der Stadt warte dort auf mich wo du gerade bist dann können wir die zusammen abschnetzeln wo bist du oben in dem Turm drin ich bin schon längst weiter gelaufen ich habe die da schon alle getötet hier ist aber es sind aber noch Einwohner ich bin schon längst weiter aus ey ey aus der Luft gefischt tja ich habe immer noch direkt weiter haha nice ich habe einen Burger Junge mit einem Schlag einem Schlag weggefetzt wo was ich gehe ich meine das viel tja tja da ist er tot tja wenn man das nicht kann Dave und wie man damit in der Höhle kurz Licht machen kann das ist geil ich weiß oh hier um sie noch wachen kuckuck 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 so der ist weg und der ist auch weg ja doch einfach mal heute mal er sagt kuckuck abgebrannt gerade mal was ich habe was der Banner ich habe vielleicht ja schön zwei Bananas ich habe zwei Bananas das war Junge was aber Männer sucht die ja komm her wenn du dich traurigst kommen los doch bei Junge unser Schwert gibt zwölf Schaden das Schwert von Bomben 6.000 6.000 Schaden ich schieße den Typen jetzt mit Kupi das Boden ab Bogen ab ach los das geiles Alter Monotow Cocktail da hinten was ich hab sie nicht mehr getroffen die Räder die Räderautomache in den Köppel ist sie gehört ich hab' ne Andernas die die auch los so ich bin jetzt auch aus der Stadt draus Kurs mh mh aus der Luft Junge ich hab grad Wechsel gefunden Kohle gefunden und Koppauer Wo bist du? Im Schneegebiet? Schon vorbei Motherfucker Tja, da ist abgebrannt Tja Tja Oh, erst mal Vögel abknallen Scheiße Wie geil das ist, wie die Vögel dann sowieso Feuerball vom Himmelrot abflossen Jaja, oh, tut mir leid, dass es gerade so mega hakt, Leute Hast du schon wieder zu viele Folgen aufgenommen? Nein, keine Ahnung, woran das jetzt liegt Junge, ich hab drei FPS, ein FPS, verarschen Was ist das für eine Hintergrundmusik da? Keine Ahnung Junge, ich hab immer noch sieben Wenn die ganze Zeit voll auf Musik hören Deine Mutter soll auch Musik oder was? Scheiße Oh, Folge ist zu Ende Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Starbound Tschö Leute